Genau, genau, wir machen hier so einen kleinen Schwenk erstmal nochmal zu den Reaktionen, die es jetzt gab. Nachdem ich nochmal kurz geschildert habe, was da eigentlich passiert ist, also die meisten werden es mitbekommen haben, wir haben es eben schon umrissen. Wir sehen hier gerade ein Bild von Malte C., eine Frau, die sich selber als Mann sah und dann dementsprechend mit Testosteron vorgepumpt wurde, deswegen sehen wir auch diesen Anschlug von einem Bartwuchs und so weiter und so fort. Ihr Fettgewebe, formerly known as Brüste, wurde abgenommen an den Rippen und so war sie dann da ihren Abend zur Schau stellend unterwegs mit diesem Trans-Sternchen-Inter-Sternchen-Münster-Plakat von irgendeiner Trans-Lobby-Bewegung da. Und lief dann den guten Nuradi A-Punkt über den Weg. Der war gerade dabei, ein Pärchen, ein Lesben-Pärchen anzupöbeln und aggressiv auf die zuzugehen. Und dann ist er dazwischen gegangen oder Enz ist dazwischen gegangen und hat gesagt, jetzt lassen wir mal hier die Lesben in Ruhe. Und dann hat der halt ihm eins in die Fresse gehauen oder zwei in die Fresse gehauen, dann lag er, wie gesagt, Bordstein geküsst. Das ist wahrscheinlich eher der Bordstein, deswegen würde es eher gehen in Richtung Körperverletzung mit Todesfolge als Totschlag oder so. Also in der Regel wird es dann so einsortiert. Ich erinnere gerne an den Fall, von dem ich glaube Afghanen, der dem Deutschen in einer ähnlichen Situation ein paar reingehauen hat. Der hat dann auch den Bordstein geküsst und ist dann auch gestorben aufgrund von dieser Geschichte. Der hat nicht mal Knast gesehen, der Typ. Ja, aber das ist die Geschichte. Genau, wir sehen hier jetzt auch mal den guten Nuradi A-Punkt. Wir sehen, der hat einen Islamistenbart. Wir sehen nicht, aber wir wissen über ihn von dem Bildartikel. Wieder mal, was ein Bildartikel, der es dann ans Tageslicht gebracht hat. Bild plus, wie immer. Das tun sie dann immer hinter die Bezahlschranke. Wenn der große Artikel kommt, warum die AfD wieder alle Nazis sind, dann sieht man selten eine Bezahlschranke. Aber das muss hinter die Bezahlschranke. Nichtsdestotrotz ist Ihnen zu verdanken, dass wir jetzt wieder wissen, was der Sache ist. Wie gesagt, 20 Jahre alt, Nuradi A-Punkt und ein Tschetschene mit der russischen Staatsbürgerschaft, weil eine tschetschenische Staatsbürgerschaft gibt es nicht mehr. Das war auch wirklich dreist, Schlomo. Ich habe ja ein Video, so schnell wie möglich ein Video drüber gemacht. Und du siehst so eine kleine Anzeige irgendwie, wo das halt im Newsfeed bei Twitter oder so angezeigt wird, dass da dementsprechend steht, CSD-Killer, er war russischer Staatsbürger. Und du erfährst erst, dass es ein Tschetschene ist, wenn du auf den Artikel draufklickst, das ist mal wieder so eine Scheiße, man hätte es noch mit reinschreiben können. Du klickst dann erst drauf und dann erfährst du es erst im Artikel. Aha, Asylbewerber beziehungsweise Asylant hätte längst abgeschoben werden müssen. Und ja, Tschetschene. Und das ist ein bisschen was anderes. Beschreib mal, nenn mal einen Tschetschenen-Russen. Das lässt ja nicht auf sich setzen, Alter. Es soll, als würdest du Bayern als Deutschen bezeichnen. Ich glaube, das ist noch etwas heftiger. Ich meine, komplett andere Religionen und so weiter und so fort. Das sind halt zum guten Teil radikale Moslems. Scharia, dort gilt die Scharia. Wir haben da in der Honigfarbe auch nochmal gezeigt. Also bei den russischen Moslems, das sind quasi alles halt diese Tschetschenen, haben wir auch irgendwie 90 Prozent, die sagen, Homosexualität ist unmoralisch. Und irgendwie ein Prozent, das sagt, nee, ist moralisch. Und halt neun, die sagen, hm, keine Ahnung, ist mir egal oder so. Also, ja, so sieht das da aus. Ich hab mich auch schon gefragt, wieso sie nicht wirklich diese Tour machen. Die Tour von, okay, wir schreiben Russe. Wir schreiben Russe. Und dann sollen die Leute denken an Igor. An Igor, der ein bisschen viel Wodka hatte und dann gesagt hat, äh, scheiß westliche Sch***en, was wollt ihr, ne? So in dem Stil halt. Das passt dann ja auch gut zusammen, ne? Dann hast du sowieso schon die Anti-Russland-Propaganda, die abgeht und es wird sich wunderbar dort einordnen, dementsprechend. Ah, die russischen Einflüsse, hier sehen wir, was sie mit unserer weltoffenen Community machen. Das hätte man denen noch wunderbar in die Schuhe schieben können. Eigentlich ja. Ja, aber selbst die Bild, also, auch wenn sie ein bisschen angekackt sind, mittlerweile, äh, sie sagen wenigstens erst Tschetschene, ne? Immerhin etwas. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wir das nicht wüssten jetzt. Also, vielleicht dann von der jungen Freiheit irgendwann. Aber, dass das quasi gar nicht so richtig ne Mainstream gesickert wäre, ohne die Bild. Denn wir sehen hier auch die Tagesschau, das ist ihr, äh, Artikel darüber. Äh, heute habe ich den Screenshot gemacht. Tschetschene kommt nicht in diesem Artikel vor. Gar nichts darüber kommt da vor. Wir sehen hier auch die FAZ. In der FAZ las man dann als erstes, äh, bevor Sonntag dann von der Bild geleakt wurde, was Sache ist, etwas Auffälliges. Da las man seine Nationalität, seinen Ermittlern bekannt, werde aber nicht genannt, sagte Oberstaatsanwalt Dirk Ollech, Ollech, keine Ahnung, der deutschen Presseagentur. Also, es sei kein Zusammenhang zu sehen zwischen der Nationalität und der mutmaßlichen Tag. Alter, also, wenn ich das, äh, Schlomo, wenn ich das lese, dann weiß ich doch, was los ist. Also, wenn Sie mir jetzt schon sagen, was ich darüber zu denken habe, bloß keinen Rückschluss auf die Nationalität schließen. Transfeindlichkeit zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten und durch alle Länder, ähm, äh, außer Bremen. Äh, obwohl, nee, doch nicht. Aber dazu kommen wir noch. Ähm, natürlich ist da ein Zusammenhang. In Tschetschenien wurde die Scharia etabliert, 1999, glaube ich, ungefähr. Die Scharia sieht, äh, auf, auf, äh, Homosexualität. Die Todesstrafe oder Peitschenhebe im Mindesten. Also, das, natürlich hat das was miteinander zu tun. Ja, ja, ich hab heute auch den Kadiroff gesehen. Der Kadiroff ist ja der Chef da, ne? Und, äh, der hatte im Interview gesagt mit irgendeinem kanadischen Journalisten, äh, hier gibt's keine Schwulen. Wenn Sie hier einen sehen, bitte nehmen Sie ihn mit. Bitte nehmen Sie ihn mit nach Kanada. So sind die drauf. Also, dass man da so vorweggreift, das ist wirklich armselig, Schlomo. Es ist wirklich armselig. Stell dir mal vor, wie weit wir entfernt sind von einer Nicht-Clowns-Welt. Eine Welt, wo man das lesen würde und sich dann denken würde, aha, hat nichts damit zu tun, also kein Zusammenhang. Wahrscheinlich ein Neuseeländer oder irgendwie sowas, ne? Wo das wirklich, wo man nicht sehen würde, okay, Neuseeland, klar, die hassen alle Schwule, ne? Das wäre eine normale Welt. Aber wir sind so weit davon weg, ne? Dass man sofort weiß, was Sache ist, wenn das hier ist. Ich würde es ja auch einfach weglassen. So, Sie hätten sich doch diesen, diese, diesen Satz hier, oder die zwei Sätze hätten Sie sich doch sparen können. Ich will sogar mal großzügig sein gegenüber der FAZ und sage, der Autor dieses Artikels wollte da eine Botschaft mit transportieren. Der wollte uns das mitteilen, damit wir dann schon wissen, was Sache ist. Es ist ein bisschen, ja, es ist so eine, wie in der DDR so, ne? So eine, so eine versteckte Nachricht, irgendwie mit, mit, mit unsichtbarer Tinte geschrieben auf den, auf die Rückseite des Briefumschlages, dann mit, äh, die Stasi das, mit Zitronensaft oder so, damit die Stasi das beim Briefe aufdampfen nicht in den Brief liest. Ähm, ja, 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 vielleicht ist das mittlerweile, also auch irgendwie dann wieder ein Armutszeugnis. Es ist mittlerweile der einzige Weg, den Leuten mitzuteilen, was Sache ist. Ist ja schon fast so eine ironische Bemerkung, wenn du so möchtest, ne? Ja, übrigens, äh, das hat wieder nichts mit nichts zu tun, Zwinker-Smiley. Ja, ja, genau, genau, die FAZ-Version davon. Naja, auf jeden Fall, weil das dann tagelang so durch die, äh, Medien ging. Und ich glaube jetzt, keine Ahnung, wenn ich meine Eltern anrufe, dann werden die mir sagen, äh, wie, äh, das war ein, äh, Tschetschene, haben wir nichts von gehört, ne? Also ich denke, dass es immer noch im allgemeinen Bewusstsein nicht verankert, dass es einer war. Und für Tage konnten sie ja ihre kleine Party an der Art abfeiern, das ist ja das Wichtigste, ne? Das Wichtigste sind die ersten Tage, nachdem das passiert ist. Und danach wird die Aufmerksamkeitsökonomie sich irgendwo anders hinwenden. Und, äh, dann ist es gar nicht mehr so wichtig, was da noch alles rauskommt. Aber, äh, man konnte dann die kleine Party abfeiern im Duktus von Sven Nehman hier, der redet von, äh, ich bin traurig und fassungslos, bla, bla, bla. Äh, sein Mitgefühl gelte seinen Angehörigen und FreundInnen. Ist eigentlich Angehörigen, ist das schon die Angehörenden, müsste es doch eigentlich sein. Naja, auf jeden Fall hat er, auf jeden Fall hat er gesagt, ich hoffe, dass Maltes Tod unsere Gesellschaft aufrüttelt. Wir haben auch in Deutschland ein großes Problem mit Hass gegen queere Menschen. Queerfeindliche Gewalt ist eine Bedrohung, die tödlich enden kann. Wir alle müssen uns jeden Tag gegen diese Gewalt stellen. Also er hat es der deutschen Mehrheitsgesellschaft in die Schuhe geschoben, auf der Basis dessen, dass die Medien sich geweigert haben. Und die Bullen und die Staatsanwaltschaft vor allem, ne? Die sind auch zur Verantwortung zu ziehen, was das angeht. Äh, ich meine, die haben, die sind ja Komplizen an diesem Punkt. Die wollen die Informationen nicht mehr rausgeben, bis dann irgendein Bildtyp, die halt nervt für eine halbe Stunde. Entweder das oder Sven Lehmann weiß es. Also ich meine, du bist Queerbeauftragter oder, oder, also... Also ich glaube, es spielt keine Rolle. Also ich glaube, der singt dasselbe Lied immer noch, ne? Äh, für ihn, klar, ist das scheißegal. Aber deswegen ist es halt möglich, dass der Allgemeinheit so aufs Brot zu schmieren, ne? Mmh, Hass kennt keine Nationalität. Das ist auch das Ding, wenn... Hass trifft uns alle, ja. Die Bullen könnten auch dafür sorgen, dass die Tagesschau, äh, das schreiben muss. Wenn der Polizeichef dann eine Pressekonferenz macht und er trägt ein, äh, es war ein Tschechene-T-Shirt, dann kann auch die Tagesschau das nicht mehr umgehen, ne? Wenn er das wirklich front und center, da, ja, ein Tschechene, ein Tschechene, ein Tschechene, äh, dann wäre das unmöglich. Aber die sind halt Komplizen an diesem Punkt, ne? Nicht alle, klar, vor allem auch auf Straßenlevel, die normalen Polizisten, die sind nicht so drauf. Die wollen das nicht, aber von oben ist der Laden gekackt. Vor allem halt in einem Shit-Hall wie Münster. Ja, und ich meine, wundert es uns, ne? Also wenn du an Frau Schlesinger denkst und ihre privaten Abendessen mit der Berliner Polizeipräsidentin, kannst du mir nicht erzählen, dass da nicht auch irgendjemand anderes von der Polizei schon mal bei irgendjemand anderen, bei irgendeinem anderen Intendanten schon mal gegessen hat. Also irgendwelche Verwandlungen wird es da sicherlich geben. Es kommt ja sowieso immer mehr raus in letzter Zeit. Klar, und dann gibt es natürlich impliziten Druck, ne? Es gibt ja, ich denke, vieles ist da gar nicht ausgesprochen. Sondern die Leute nehmen es halt so wahr. Die Leute sehen halt, okay, der kriegt eins auf die Finger, wenn er diese und diese Information verbreitet. Und, äh, es ist die Rede von Rassismus, von Stereotypen und so weiter, die man verbreiten würde, wenn man in die Polizeimeldung die Staatsangehörigkeit reinschreibt und so, ne? Und dann kriegen die das schon mit, ohne dass es wirklich ein Verbot geben muss. Es ist die verdammte Opferpyramide. Also das hier ist wirklich ein Paradebeispiel dafür. Es ist wichtiger, es ist wichtiger, dieses Problem auf die deutsche Mehrheitsgesellschaft zu beziehen, als klar zu adressieren, wer der Täter ist. Also selbst der Täter wird mehr geschützt als die Leute an sich selbst. Weil wenn Herr Lehmann jetzt wirklich das Problem angehen wollte, müsste er die Tätergruppe klar adressieren und klar aussprechen, dass wir hier ein Problem haben, was durch die Migration erzeugt wird. Ja, wir sehen hier auch wieder, dass der Hass auf die deutsche Mehrheitsgesellschaft überwiegt. Also für einen Queer-Beauftragten ist der Hass auf die deutsche Mehrheitsgesellschaft noch wichtiger, als das, äh, sein Klientel, das er vertreten soll, die queeren Leute in Anführungszeichen, äh, dass es denen gut geht und dass die geschützt werden vor irgendwelchen Gefahren. Denn diese Gefahr soll trotzdem nicht angesprochen werden. Ja, wenn's ihn wirklich interessieren, es ist ja wie mit dem Affenpocken. Es ist ja wie mit den Affenpocken. Wenn's die wirklich interessieren würde, Leute von den Affenpocken zu schützen, dann würden sie nicht die ganze Zeit rumschreien, das würde hier zur Stigmatisierung beitragen, wenn man klar die Leute adressiert, die es halt übertragen, sondern das würde homophobe Ressentiments bedienen und deswegen können wir es nicht ansprechen, jeder kann's kriegen, bla bla bla. Naja, da ist es ihnen wichtiger, äh, diesen Schein zu wahren, als wirklich Menschenleben zu retten. Naja, das war ja immer das Narrativ, willst du, dass Oma stirbt, ne? Ähm, bei den Affenpocken sterben jetzt natürlich nicht so viele Leute, aber auch das will man den Leuten das Leid nicht ersparen. Nein, man will den Schein wahren. Und hier ist es wichtiger, auf die Deutschen zu scheißen, als klar zu adressieren, wo das Problem herkommt. Wer ist der Täter? Der Täter, ein Versagen der Behörden spielt da ja auch noch mit. Der hätte ja schon längst Deutschland verlassen müssen. Aber dazu kommen wir ja noch. Er kann halt nochmal Stimmung machen, A, dafür, dass seine ganzen Projekte, die dann auf sowas abzielen wie wir, Julian ist eine Meerjungfrau, Joachim spielt Prinzessin, oder spielen wir mal eine Runde, ähm, Cross-Dressing hier, ne? Wortwörtlich so passiert, im Medienkoffer von Sachsen-Anhalt. Äh, und B, wie gesagt, kann man sagen, Scheiß auf die Mehrheitsgesellschaften. Deswegen denke ich, das ist, der hatte einen Feldtag mit der Scheiße. Also, wenn man sein Gehirn an irgendeine Messsache angeschlossen hätte, hätte man gesehen, die Endorphine rasten aus in seiner Birne. Genau, jetzt haben wir das, was wir haben wollen, was wir instrumentalisieren können. Wir haben einen neuen Anlass, äh, um wieder den Hass zu schüren auf die Deutschen, die nicht, die immer noch nicht queerfreundlich genug sind. Denn, Schlomo, ich hab bei der Lokalzeit im WDR, ähm, auch so einen kurzen Bericht dazu gesehen, ähm, wo dann, ähm, eine, ähm, eine Beauftragte für irgendeine Sch*** irgendwie bei der Kriminalpolizei in Münster befragt wurde, wie können wir das Problem denn angehen? Und weißt du, was sie sagt, Schlomo? Weißt du, was sie sagt? Was? Wir könnten zum Beispiel mehr diverse Erziehung einführen. Ja, ja, genau. Wir machen jetzt einfach alle schwul. Wir machen die, äh, Kartoffeln alle schwul. Das ist so bescheuert. Mehr diverse Erziehung, ganz genau. Damit hätte man den, äh, Nuradi, zum Glück steht es hier überall, ich vergesse seinen Namen immer. Zum Glück, ich muss immer an Nuri Pur denken, aber das wäre jetzt nur wirklich unfair. Ja, absolut. Ich hab heute den fucking Namen vergessen, nachdem ich hier 17 Slides, die heißen Nuradi 1, Nuradi 2, Nuradi 3, äh, Manuel eingetippt habe. Und dann war ich, saß ich auf dem Klo eben, äh, also weg vom Computer und dachte mir, warte, wie heißt der Typ nochmal? Tja, ja, wie hieß der nochmal? Wir waren bei Nuri Pur, wir waren bei Nairobi, nee, Nuradi, Nuradi A. Ja. Genau, äh, um die mediale Stimmungsmache, die dann gemacht werden konnte, weil man halt diese Information weggelassen hat und implizit gesagt hat, es wäre ein Deutscher gewesen, äh, weiter, äh, zu besprechen. Wir haben hier noch queer.de und das war sehr interessant. Hier kommen wir dann zu dem Winkel, dass die Emma-Leute und natürlich AfD und so weiter, äh, dieser Welt, äh, damit beschuldigt wurden. Und queer.de hat eine sehr interessante Methode dafür gewählt. In sozialen Netzwerken drückten viele weitere Personen ihr Mitgefühl für das Gewaltopfer aus und machten auch die aggressiver werdende Atmosphäre gegen Transmenschen für den Angriff mitverantwortlich. Wie indirekt kann man das schon mal sagen? Also, jetzt hat nicht mal queer.de selber gesagt, es gibt eine aggressiver werdende Atmosphäre. Nee, nee. Sie haben gesagt, Leute sagen, es gibt eine aggressiver werdende Atmosphäre, aber, äh, auf der Empfängerebene kommt trotzdem genau das an. Was die Leute so alles sagen, ja? Entschuldigung. Jaja, Leute sagen das. Eine Nutzerin schrieb etwa, dass die Angriffe in letzter Zeit häufiger und brutaler geworden seien. Ich meine, genau so könnten wir dann sagen, ähm, Leute im Internet sagten, dass, äh, die Buchstaben-Mafia aber auch eine Menge rumheult in letzter Zeit und dass alles ziemlich übertrieben ist. Das sagen nicht wir, das sagen Leute im Internet halt. Leute im Internet, ja. Also, eine Nutzerin sagt, dass die Angriffe in letzter Zeit häufiger und brutaler geworden seien. Ist eine Nutzerin jetzt sowas wie eine Statistik, wie eine Primärquelle? Das liegt meiner Meinung nach auch an der medialen Hetze gegen uns. Zitat. Als Beispiele für derartige Hetze wurden aggressivere Töne von Seiten der AfD, natürlich, aber auch von feministischer Seite genannt. Ah ja, also die Emma, in anderen Worten. Und Marie-Louise Vollbrecht, ne? Und Marie-Louise Vollbrecht vor allem, ja. Mit ihren zwei Geschlechtern. Die alte Schwurblerin, ja, ja. Marie hat mitgeboxt. So ist es nämlich. Ich muss an diese Hitlerszene denken, mit dem bringen sie mir Fegelein, ne? Bringen sie mir Marie-Louise Vollbrecht! Die haben so richtig Narren an der gefressen. Es verlassen jetzt alle den Raum. Außer Weidel, Vollbrecht und Schwarzer. Ja, ja, genau. Auch ein Mitarbeiter, ich glaube eine Mitarbeiterin war es dann am Ende, vom Familienministerium hat sich öffentlich zu Wort gemeldet und die sogenannten TERFs beschuldigt. TERF, das sind so Leute wie halt Schwarzer, ne? Also Feministen, die sagen, es gibt Frauen. Die sagen, eine Frau ist was anderes als ein Mann. Das ist ein TERF. In der Bild wird es hier zusammengefasst als Frauenrechtler, die beispielsweise Kritik daran äußern, dass Frauen umkleiden, auch von Männern, die sich als Frau fühlen, genutzt werden dürfen. Also Monster. Fürchterliche Monster. Wie gesagt, die Nostalgie, hätte man mir erzählt damals, als die Emma quasi noch der Feind war, ne? Dass der Tag kommen wird, an dem die Emma auf demselben Shoppingblock landet wie wir. Also die hassen die an diesem Punkt, ne? Die hassen die. Die wollen denen diese Tötung in die Schuhe schieben. Trans-exclusive radical feminist heißt es. Es sind immer noch radikale Feministen, aber halt, also sie, 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 so, klar, klar, also sie kämpfen auch für, für, für BS. Da sind wir uns einig, aber halt für Frauen. Also für, Schlomo, für, für diese Dinger mit, mit, mit Gebärmüttern und, äh, Vaginas. Ja, ja, die Dinger. Sie sind halt noch Baseline verankert in der Realität. Ja. Das ist der Unterschied, ne? Und das, das ist hart, also das, sowas würden wir sonst nicht über die sagen, ja? Das wird schon was heißen, wenn wir das sagen. Ja. In der Taz hat ein Journalist namens Christian Knuth verlautbart, seit Wochen schüren Medien wie Bild und Netzwerke wie das und Marie-Luise Vollbrecht Hass auf Transmenschen. Hass führt zu Gewalt. Hier nochmal, direkte Verbindung von Marie-Luise Vollbrecht hergestellt zu denen. So wie auch Robert Wagner es getan hat. Der schrieb auf Twitter, also Robert Wagner nochmal, das ist der Typ von der Amadeo-Antonio-Stiftung, von der linksradikalen Rassistin Annette Kahane geführt, die sagt, das größte Problem von Deutschland war, dass ein Drittel weiß geblieben ist nach der Wende. Ähm, und der Typ, der ruft gerne mal dazu auf, dass man Milkshakes Leuten in die Fresse wirft. Zum Beispiel einem Martin Sellner, der hat schon Geld gesammelt für dieses Unterfangen öffentlich auf seinem Twitter-Account. Und ja, dem bezahlen wir ihm Steuergeld für seine Tätigkeit bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und der schrieb, Der Hass auf Trans-Menschen oder Trans-Sternchen-Menschen, schreibt er, wie Malte C, erfährt aktuell viel Auftrieb. Wie subtil er geschürt wird, macht das Beispiel der Biologin Marie-Luise Vollbrecht deutlich. Es geht in ihrem Fall eben nicht bloß um Biologie. Stell dir das mal vor, alter, Entschuldigung, wenn ich hier deinen Flau gerade hier... Nuradi A sitzt da gerade. Nuradi sitzt gerade zu Hause, ne? Aus dem Radio kommt Und zieht so an seiner Shisha so Und zieht sich währenddessen den Vortrag von Marie-Luise Vollbrecht ein und denkt sich so Ich gehe auf Münster-TSD-Gerich direkt in die Fresse rein. Direkt in die Fresse rein. Guck dir das an. Hast du schon mal so eine hasserfüllte Avocado gesehen? Wo? Oder die Enten. Nächster Slide von dem Vortrag. Da sehen wir rechts oben markiert in Rot natürlich, wie es sich gehört für so eine, ich weiß nicht, Volksverräterin oder sowas ähnliches. Da sehen wir die Frau und wir sehen hier das Bild von den Entchen, das Bild von der Avocado. Wir sehen Spermien und eine Eizelle. Ja, er hat diese Avocado gesehen. Wahrscheinlich war es eine der Sorte Hass. Das ist ja die häufigste Avocado-Sorte. Ja, ja. Und das hat den Hass in ihn geweckt. Der Typ wirkt genau wie die Sorte Mensch, die sich sowas reinziehen würde hier. Ja, das war eine Avocado von der Sorte Hass. Du musst dir das vorstellen, da erklärt eine Frau Biologie der siebten, sechsten Klasse oder so. Ja, also das war alles klar. Und männlich, weiblich, wie passiert das? Spermien, Eizelle. Und das hat sich nur Radi angeschaut. Und das hat ihn radikalisiert. Dann haben alle Lehrer der letzten Dekade und darüber hinaus, seit allen, schon die ganze Zeit, wahrscheinlich die ganze Zeit, das ist ja jetzt seit fünf Jahren kocht das so hoch, die Leute radikalisiert. Mit Biologie. Ja, ja, klar. So, wir haben nicht gelernt. Die vorangegangene Bildung, was zu unserer Schulzeit noch Bildung war, das ist Radikalisierung in Wirklichkeit. Alter. Das sorgt dafür, dass Leute auf die Straße gehen und irgendwelche Trotz schlagen. Es ist ein Wunder, dass wir das noch nicht gemacht haben. Schlomo, ich glaube, wir sind irgendwann an dem Punkt angelangt, wo für eine Sticker-Aktion wahrscheinlich der provokanteste Sticker von allen wäre. Einer, wo einfach diese Silhouetten von den Kloschildern drauf sind und darunter steht einfach nur, es gibt nur zwei Geschlechter. Punkt. Schlomo, der Staatsschutz würde ermitteln. Der verdammte Staatsschutz würde ermitteln. Ich glaube, wir sind an diesem Punkt. Oder irgendwie Marie-Luise did nothing wrong. Not all heroes wear capes oder sowas. Direkt, direkt Staatsschutz. Ich glaube, es ist soweit. Also wie so ein Shade-T-Shirt einfach sehen, so ein T-Shirt machen. Ja, ja. Du wirst bescheuert, aber apropos auf die Fresse, wir wissen noch ein bisschen mehr mittlerweile über Noradi, ne? Ja, zum einen, das habe ich ja sogar schon angeschnitten, war er vor fünf Jahren der deutsche Jugendmeister im Boxen. Wir sehen hier seinen prächtigen Pokal gerade. Ja, und über seinen Box-Club ist jetzt noch einiges mehr bekannt geworden. Und zwar hatte der einen Schirmherr, und zwar niemand geringeren, als den guten Herrn Armin Laschet, den Kandidat der CDU bei der letzten Bundestagswahl. Und damaliger? Der war der Schirmherr von diesem Box-Projekt, über das er sagte, es wäre ein einzigartiges, integratives Box-Projekt in Münstern. Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, meine lieben Freunde, das ist ein Beispiel für gelungene Integration dieser Box-Club. Tja. So wie auch der Noradi für gelungene Integration ein Beispiel ist. Bei diesem Box-Club gab es aber auch einiges an Schatten, wie bekannt wurde. Zum einen waren die verbandelt, das wurde lustigerweise in den Twitter-Thread von irgendeinem öffentlich-rechtlichen Geno noch als positives dargestellt. Also der hatte quasi Licht und Schatten gesehen, ich sehe hier eigentlich nur Schatten. Der war verbandelt mit Schule ohne Rassismus und gemeinnützigen Organisationen, in Anführungszeichen, dieser Art. Dann, also das war der Chef-Trainer von diesem Laden, dann gab es da Trainer, die haben radikal islamische Sachen geteilt, auf Facebook in der Regel. Wir sehen hier Schia to Isis, we will never let the banner of Hussein fall. Wir sehen Hisbollah-Hymnen, wir sehen graue Wölfe-Zeug, also so ein Kram wurde da von den, wie gesagt, Trainern verbreitet. Genau, das sind Trainer, von denen existieren auch Fotos mit Noradi. Also die werden sich sicherlich nur darüber unterhalten haben, wie süß die gerne ihren Shai-Tee trinken und welchen Shisha-Tabak sie am meisten mögen. Ich möchte das nur mal klarstellen. Das hier ist das integrative Box-Projekt von Armin Laschet. Einzigartig und integrativ ist das, wo er der Schirmherr von ist. Und da hat er sich wahrscheinlich mit radikalisiert. Wir hatten in der Honig war aber auch so ein paar Wortmeldungen dazu, wo dann gesagt wurde, das kann man nicht von der weiteren Gesellschaft abkoppeln, solche Leute, bevor die sowas machen, müssen sie bestärkt werden von außen. Wo wurde er denn da bestärkt? Wahrscheinlich in dem integrativen Box-Projekt von fucking Armin Laschet. Ja, also die Grundlage bringt er aus Tschetschenien mit. Wie gesagt, Scharia, wir müssen da nicht darüber reden, wie man dort mit Homosexuellen umspringt. Und für den ist jemand, der unter der Regenbogenflagge mitläuft, der ist halt Homo. Der macht da keinen Unterschied, ob trans, non-binär, inter oder otherkin, wolfsmensch. Sondern für den ist klar, das sind Regenbogenmenschen, da gibt es aufs Maul. Und diese Einstellung wird er sowieso aus der Heimat zu einem gewissen Grad mitgebracht haben. Der hat sich dort sozialisiert, der ist dort aufgewachsen. Sein Vater lebt ja noch dort. Und ja, dann hat er seinesgleichen weiterhin dann auch gefunden in dem Boxclub, ja. Ja, nicht nur übrigens bei den Trainern, sondern auch bei den anderen Boxern. Wir sehen hier noch einen, oder die Posts auf Facebook von einem tajikischen Boxer. Einmal kurz Kritik im Chat. Kritik im Chat, da steht in Tschetschenien gilt nicht die Scharia. Ja, aber galt sie dann nur zwischen 1995 und 1999? Also ich meine bei... Irgendwie orientieren sich da dran oder so. Aber ich glaube nicht, dass die da Leute steinigen, weil das ist ja immer noch Russland. Mein letzter Stand ist bei Wikipedia, vielleicht lügt Wikipedia da auch, das kann gut sein, Wikipedia ist es nicht die verlässlichste Quelle der Welt, das wissen wir alle, dass die Scharia zwischen 1995 und 1999 eingeführt wurde und dort auch für kleinste Vergehen die Todesstrafe dementsprechend verhängt wurde in Tschetschenien. Ah ja, also in Bild war irgendwie die Rede von irgendwelchen Camps, quasi Konzentrationslager, wo die die Schwulen hintun. Okay, also lass die Scharia da nicht mehr gelten. Die Leute sind so sozialisiert. Die legen diese Einstellung nicht dadurch auf einmal ab und werden westlich und da findet der Christopher Smith statt. Also für die Einstellung haben wir... Erstmal ist es kein Zufall, dass Kadiroff das sagt. Kadiroff sagt das auch, weil das halt gut ankommt bei seinen Landsleuten, dass die ganzen Schwulen einfach verpissen sollen. Oder wenn hier der kanadische Journalist noch einen Schwulen findet, nehm ihn bitte mit nach Kanada. Und zum anderen, wir haben ja die Statistiken von Pew Research. Bei den russischen Muslimen, das sind ja vor allem die Städtechen, 90 Prozent ungefähr sind gegen Homosexualität. Ja, ich kann es ja auch gerade noch mal einblenden, einfach der Vollständigkeit halber. Ich gehe mal gerade in meinen Ordner Premiumquellen und ja, das sollte... Genau, das Ding ist es doch. Und da seht ihr, Russland 74 Prozent finden. Homosexualität sollte nicht in der Gesellschaft akzeptiert werden. Warte, sind das... Das sind doch die Muslime nur? Das war Pew. Ich glaube, das sind Muslime, ja. Oder bin ich blöd? Warte. Mal kurz abgleichen, was sieht anders aus als meine. Genau. Ja, dann komme ich gleich, das haben wir jetzt noch nicht eingeblendet, aber das werden wir gleich noch einblenden, zu einem Kumpel von ihm, einem Boxer aus Tadjikistan. Ich glaube, Tadjikistan ist doch auch sowas ähnliches wie Tschetschenien, oder? Auch so da irgendeine Russenrepublik mit Mossys drin. Da fragst du den Falschen, aber ich gehe da von mir aus mit. Alles, was mit Stan endet, ist nicht unbedingt homofreundlich. Ja, genau. Und der war offenbar auch ein Islamist, sein Boxerkumpel da. Nochmal, das hier ist der Boxclub, wo Armin Laschet Schirmherr ist und der super integrativ ist, lautet ihm, wo halt insbesondere solche Migranten dann geboxt haben. Und ja, da hat er offenbar, wie gesagt, auch in diesem Boxer dann einen Freund gefunden, der ebenfalls ein Islamist war. Der hat salafistischen Kram auf Facebook geteilt und so weiter und so fort. Also wir sehen, das geht in einer Tour so weiter bei diesem Boxclub. Das ist quasi eine Art Islamisten-Club geworden. Wieder mal unter der Leitung von einem netten Kerl, der bei Schule ohne Rassismus und sowas mitmacht. Wir landen halt immer am Ende bei irgendeinem Islamisten-Kram. Ja, das ist doch die Integration. Also ich muss mich immer wieder erinnern an diese Bemerkung, die ja schon fast zynisch daherkommt von dem Oberbürgermeister von Münster oder nur Bürgermeister von Münster, der sich dann ja geäußert hat zu dem Vorfall mit Malte C. Pardon, der dann dementsprechend gesagt hat und das passiert gerade in einer so weltoffenen Stadt wie Münster. Das können wir uns wirklich nicht erklären, so paraphrasiert, wo ich mir so denke, ja. Ja, das kann ich mir auch nicht erklären, dass irgendeine Kartoffel in Münster da irgendwelche totschlägt. Tja. Ja. Aber sie können da nicht weiter denken. Genau, suchst du noch was oder können wir nee, nee, weitermachen? Gerne. Genau. Nun gibt es noch die Neuigkeit, dass es gut sein könnte, laut der Bild, dass der kleine Nuradi bald wieder auf der Straße ist. Sein Verteidiger Sigmund Benneken. Fakt ist, ich sehe keine Flucht und Wiederholungsgefahr. Es gibt viele ähnliche Vorfälle und Delikte, wo die Beschuldigten auf freiem Fuß sind. Ähm, keine Flucht und Wiederholungsgefahr. Ah ja. Also erst mal, der Typ war mehrfach vorbestraft, etliche Male wegen Betäubungsmittel-Delikten. Also wahrscheinlich war er so eine Art Dealer auch noch. Und er war verurteilt wegen einer Körperverletzung davor noch. Also Wiederholungsgefahr, er ist fuck. Also bei einem Normalsterblichen wäre das die Wiederholungsgefahr von dem Herrn. Und dann sitzt sein Papa ja immer noch in Tschetschenien. In Tschetschenien, wo, wenn er da wieder zurück hinkommt, wird er nicht mehr rausbekommen, ohne dass wir da fucking Panzer mit dem Z drauf reinrollen lassen oder so. Also wenn der da ist, keine Chance. Das ist nicht so wie ein Tscheche oder irgendwas oder von mir aus sogar ein Ägypter oder so. Mit Ägypten können wir ja reden. Aber in Tschetschenien, wir haben gerade nicht den besten Rat, um dafür zu sorgen, dass wir den Tschetschenen da ausgeliefert bekommen von Kadyrov unter Putin. Ich glaube, es wird schwer. Ich glaube, es wird schwer. Wir können ihn aber auch nicht abschieben aufgrund der Kriegslage. Er hätte ja abgeschoben werden sollen. Und aus irgendeinem Grund herrscht anscheinend in Russland Krieg oder es liegt daran, weil Russland gerade Krieg führt, dass man dahin nicht abschiebt. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die wollen einfach nur ihre Tschechenen behalten. Also wenn wir die beim Glas Wein fragen würden, dann würden die einfach sagen, unsere süßen Tschechenen. Jetzt lasst die doch. Die wollen die einfach alle hier haben. Schau doch mal, wie gut er sich integriert hat. Der hat doch so gut geboxt. Ja, ja. Keine Wiederholungsgefahr. Also keine Wiederholungsgefahr, mein Arschlomo. Also das ist doch Drogen, Körperverletzung. Keine Wiederholungsgefahr. Wir lassen den einen Totschlagen. Dennoch die, also die Botschaft, die es an ihn sendet. Wir lassen den einen Totschlagen und setzen ihn auf freien Fuß danach wieder. Ja, ja, ja. Der hat gelernt. In Deutschland kannst du nicht einfach so jemanden Totschlagen. Ich frage mich, also was wird dieser Verteidiger, ich meine natürlich, das ist ein Strafverteidiger. Diese Menschen haben sowieso keine Seele, aber was, was ist denn für diesen Strafverteidiger eine Wiederholungsgefahr? Muss der die ganze Zeit zu dem Strafverteidiger sagen, ich würde es nochmal machen, Bruder. Nochmal, Alter, meine Faust hat Blutgeleckte, ich muss nochmal zuschlagen, ah, wenn ich eine vor denen sehe. So, was, was muss der sagen? Ich meine, der macht natürlich irgendwo seinen Job, aber ich glaube, es gäbe nichts, was der sagen könnte. Also ich habe das Gefühl, häufig konstruieren dann auch diese Strafverteidiger eine Story für solche islamistischen Täter. Zum Beispiel der Typ, welcher war das, von Würzburg, der dann erst nachher auf einmal anfing, also bei der Tat war noch Allahu Akbar, ich habe meinen Dschihad verwirklicht und so weiter und so fort halt. Und nach der Tat, wo er dann wahrscheinlich das erste Mal mit seinem Anwalt geredet hatte, da schien der Anwalt ihm halt so eine Story zurechtgesponnen zu haben von irgendwie Statuen, die er da gesehen hat und keine Ahnung, halt Schizophrenie. Ich glaube, teilweise die deutschen Strafverteidiger, wenn sie da wieder ein Goldstück vor sich haben, dann fangen die einfach an, Schizophrenie-Geschichten zu erfinden und denen zu sagen, sag das, dann werden die dich nicht in den Knast sperren. Ja, ich meine, es muss Strafverteidiger geben, ich verstehe das schon alles so, jeder hat das Recht auf Rechtsbeistand, aber das ist wirklich, der ist vorbestraft, schon wegen Körperverletzung, du weißt, wie er sozialisiert ist und er wird jetzt vielleicht davon, einfach davon kommen, weil im Endeffekt hat er den Tod, er hat den Tod wahrscheinlich weniger herbeigeführt, als es der Aufschlag auf dem Boden war. Es war wahrscheinlich, sie werden da schon irgendwie drum rum kommen, sie werden dann sagen, ja, es war der Schlag und dann ist Malte C unglücklich gefallen und das hat dann zu seinem vorzeitigen Ableben geführt, weil normalerweise bekommst du halt nicht lebenslänglich in den Knast, weil dir jemand einen auf die Ome haust, ne, und vielleicht werden die so. Ich habe diesen Afghanen gesehen, der hat einen Deutschen totgeschlagen, auf genau dieselbe Art und Weise, der hat keinen einzigen Tag im Knast gesehen, der hat eine Bewährungsstrafe dafür bekommen. Tja, 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 schlum, mir fehlen die Worte, ja. Aber gut, das war auch nur ein normaler Deutscher, ne, also ich würde raten, der sieht dann doch Knast, aber halt nicht so viel, weil das war halt nicht einfach nur irgendeine dumme, normale Kartoffel, sondern das war halt, äh, eine Edelkartoffel, eine von den Kartoffeln, die wir gern haben. Ja, oder er muss dann halt, ähm, weiß ich nicht, eine Bewährungsauflage erfüllen und die ist dann, bitte zahlen sie 3000 Euro an die Amadeo Antonio Stiftung und dann läuft das wieder. Kann er ja seinen Pokal verhökern. Auch wenn er, äh, ein, äh, Mitbürger mit Migrationshintergrund ist, äh, der hier Sonderrechte hat, ne, ist immer noch etwas viel, ne? Ich glaube nicht. Also ich, meinst du? Ich glaube also, wenn, wenn wir nach der Opferpyramide gehen, ist er immer noch mehr wert. Ja, das ist er, das ist er, deswegen wird ja auch seine Gruppe geschützt, ne, deswegen ist das jetzt das allerwichtigste, deswegen darf nicht gesagt werden, dass es ein Schützschäden war. Er ist mehr wert, seine Gruppe ist mehr wert, aber ich glaub, also die haben auch kein, oder doch, eigentlich haben die Bock, dass die tot schlagen, weil dann kann man wieder halt Sonntheater herfahren und so. Ja, ich nehm's zurück, kann gut sein, dass er freikommt. Weißt du, wenn ich so ein richtig linksversiffter Journalist wäre, Schlomo, dann würde ich jetzt dieselbe Recherche machen, die der Herr von den Öffentlich-Rechtlichen gemacht hat, ne? Wir haben's ja vorhin hier gesehen mit, mit den Trainern aus seinem Boxverein, ne, und dann sehen wir auch Symbolik von den Grauen Wölfen und dann würde ich die Tat einfach als Rechtsextrem framen, weil die Grauen Wölfe Rechtsextrem sind. Ja, ist natürlich wackeliger Boden, ne, weil du bist dann halt nah an der Wahrheit damit, die überhaupt nicht rauskommen darf, ne? Also, dann kann natürlich der Bildartikel über dich kommen und, äh, das geht nach hinten los. Ja, ja, aber, ja, es geht aber viel zu selten nach hinten los, ne? Mit den Grauen Wölfen. Ich, keine Ahnung, wir bleiben gespannt. Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass der wieder rauskommt. Rechtsextremer Russlanddeutscher. Russlanddeutscher, das wäre auch ein sehr guter Begriff, auch wenn es kein Deutscher war, ne? Aber, damit hätte man das nicht, Alter, rechtsextremer Russlanddeutscher, das wäre, das hätte reingerauen. Boah, Irgendwann werden die anfangen, ich sag dir, irgendwann fangen die auch an, einfach den ganzen Islamismus und so weiter einfach als rechts zu bezeichnen. Es sind Rechte, es war ein Rechter. Keine Ahnung, was fehlt da noch. Rechtsextremer Russlanddeutscher, Querdenker. Ja, so, dann hast du eigentlich alle Schmuddelworte in einem Menschen. Genau, man fragt, den hast du auch jedes Mal, wenn du einkaufen bist oder in den Bus oder so eine Maske getragen, ist die vielleicht mal unter die Nase gerutscht und wer dann sagt, ja, Querdenker. Tja, so einfach kann es gehen. Ja, ich habe noch einen kleinen Fall, den ich mit euch in aller Kürze besprechen wollte und zwar in Bremen hat eine Jugendbande einen Transsexuellen in die Klinik geprügelt. 15 Freunde feuerten ihn an. Das waren unseren Recherchen zufolge der Torben, der Tobias, der Lukas, der Benjamin, der Sebastian, der Klaus, der Hermann, der Heinz und der Florian. Und ich glaube, das waren noch nicht mehr 15. Ja, ich glaube, Jürgen war auch noch dabei. Manuel hatten wir sicherlich auch schon. Sören sowieso. Und vielleicht auch der Leonhard. Wenn es um den Klatschen geht, ist Sören immer mit am Start. Ich meine, ihr müsst es lesen. Es steht immer zwischen den Zeilen. Jugendbande prügelt Transsexuelle in Klinik. Tatort Straßenbahn Bremen. Wieder Hass verbrechen. Bremen. Das links versiffteste S***taul neben Berlin in Deutschland. Die 57... Challenge? Find mal eine Kneipe in Bremen, in der keine Antifa-Sticker sind. Ja, das ist die Sucher nach der Nadel im Heuhaufen, mein lieber Freund. Die 57-Jährige sitzt in der Straßenbahn der Linie 4. Ich weiß nicht, ob das sowas ähnliches ist wie der Orient-Express in Berlin, also die U8. Aber okay, lassen wir erst mal so stehen. An einer Haltestelle in der Bremer Neustadt steigt eine große Gruppe Jugendlicher zu. Ne, kennt man ja. Ich gehe ja auch immer mit meinen 14 Freunden zusammen feiern abends. Das ist so... Ich bin ja unheimlich beliebt. Ich hab halt so viele Freunde, die kommen da noch alle, haben alle Zeit, kommen alle mit mit ihren Umhängetaschen und Anglerhüten. Also alle Male, die ich eine Ansammlung von 16 Deutschen gesehen hab, war das irgendwie eine Schulklasse oder sowas. Ja, oder es ist Vatertag oder so, ne? Also... Jaja, gut, gut. Ja, das ginge auch. Oder fucking Junggesellenabschied, aber nicht irgendwie im Alltag, nicht irgendwie, okay, jetzt noch einen saufen gehen. Die knapp 15-köpfige Gruppe beleidigte die 57-Jährige, also offensichtlich einen Mann, bei dem man es sieht, ne? Also vielleicht erst seit zwei Jahren trans, ähm, sofort als Scheiß-T*** und riss ihr die Perücke vom Kopf. Anschließend wurde sie von einem Jugendlichen mehrfach mit beiden Fäusten ins Gesicht geschlagen. Also ich denke, abwechselnd jetzt nicht irgendwie so, äh, mit beiden gleichzeitig. Seine Begleiter feuerten den Angreifer lautstark an. Die Jugend... Ja, Markus! Ja, Markus! Ja, mach deinen Vater stolz! Ja! Mensch, Leonard, Leonard, film doch mal! Ja, ich mach doch schon Balduin, ich mach doch schon, warte doch kurz. Oh, irgendwie, jetzt kippt das Bild wieder nicht. Oh, ich hab Autodrehen ausgemacht. Moment, warte. Die Jugendbande flüchtete an der nächsten Haltestelle. Die Frau kam mit schweren, also der Mann, mit schweren Gesichtsverletzungen in eine Klinik. Ähm, da haben wir noch eine Täterbeschreibung bekommen, die, äh, jetzt in dem Screenshot nicht drin ist, aber folgendes, äh, der Täter wird, ähm, beschrieben als, äh, 15- bis 17-Jähriger, Größe ungefähr 1,70, weißes T-Shirt, Umhängetasche. Ich weiß, aber ich bin an diesem Punkt, also ich weiß, auch Deutsche, auch Deutsche tragen Umhängetaschen. Vollkommen. Ja, aber Deutsche verprügeln nicht in der Bahn mit 15 Freunden zusammen. Das machen die einfach nicht. Stell dir das mal bildlich vor. Stell dir vor, du sitzt in der Bahn und du siehst 16 Deutsche in Bremen, im linken Schittol, die zusammen verprügeln. Das ist doch, das ist doch paradox. Das macht einfach vom Bild her schon keinen Sinn. Ich, äh, wette 100 Euro darauf. Äh, der Täter heißt nicht, äh, äh, Leonard oder Alexander und wir werden wieder eine ganz klare Demografie festmachen können. Ich denke, dass, äh, ich denke, dass wir uns da einig sein können an der Stelle. Ich würde 100 Euro drauf hätten mit der Gewinnchance von einer Packung kippen. Ja, ja, also kommt mir nicht mit, oh ja, aber er ist deutscher Staatsbürger. Ich möchte wissen, ich brauche ein Bild von dem Jungen und ich, ähm, muss seinen Namen kennen.